Von Wolfgang Wolf, damals turniert, im Elfmeterschießen weiter. Weidenfeller beim Tor. Hummels dabei, Schmelzer dabei. 20 Minuten, die perfekt gelaufen sind für den krassen Außenseiter. Der Waldschuss! Das kann nicht wahr sein! Den muss er halten! Ers Ben Hüt zimmert einfach mal drauf und er rutscht Weidenfeller über die Finger. Ich kann mich mal einer anstoßen hier oben. Es kann doch nicht wahr sein, was sich hier abspielt. 4-0 gegen Gladbach und jetzt 0-3 bei Ott-PK. Meine Güte! Habe ich eben gesagt, es ist perfekt gelaufen. Jetzt ist es wirklich perfekt, perfekt gelaufen. Knallt er den Ball?